Auf geht's für die Junge! Auf geht's! Auf geht's für die Junge! Let me! 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 Achtung! 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 Gut, Lenny, ruhig! Wir sind immer wieder auf den nächsten Punkt. Genau! Ober und steck Ober! Gut, Lenny! Steigen, steigen, steigen! Vorsteigen! Vorsteigen! Oh, komm Lenny! Das war ein Punkt. Hey! 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 Ersteinen, Freie! Versteigen! Versteigen! Auf geht's! Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Jetzt müssen wir besser nochmal! Hoppa! Erdruf! Erdruf! Warte! Wieder abreißen im Radio, komm! Sehr gut! Bitte über das Abreißen arbeiten! Anstür! Löderpechte! 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 Ja, so, runter und ran! Na, windsig ja, hin dran! So weit, die Armeren! Komm, ja ja ja! Ja, die erste Zwölsch in diesem Jahr, also die Situation wird nochmals angeschaut. Das macht und Julia Silvestri wird ein bisschen voller und vom Prozedere sollte die Wertung bestätigt werden, erhält Roden noch einen Zusatzpunkt, wird die Wertung ungeändert, erhält die Mauerwecke den Würfel zurück. Und so ist es, die Wertung wird korrigiert, der Würfel geht zurück in die blaue Ecke und dein Titelverteidiger geht mit 2 zu 1 in die Führung. Komm, Benni. Immer hinstellen, richtig. Komm, weiter, weiter, weiter. Aufstehen. Aufstehen. Jetzt hoch. Hinten ran. Hinten ran. Neben zwei. Benni, nur noch mal abreißen. Komm. Gebt mal raus. Aufstehen. Aus der Maserade-Geneignung ebenfalls beendet, technisch überlegener Sieger vom ersten Lumpenwalder Sporttipp aus Borandenburg, Lennart Wicke.